Jo yeah und Willkommen zum nächsten Level von Cloud basiertem Gaming, denn Bluestacks X wurde veröffentlicht mit dem wir jetzt nun Handy Games einfach im Browser zocken können und dadurch lässt sich ganz viel Gigabyte auf dem Handy sparen und das ganze werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie das funktioniert. Einmal auf dem PC, dann auf dem Handy und dann kommen wir noch zu einem Giveaway von Bluestacks, bei denen ein paar Giftcards von Amazon oder Google Play verschenkt werden. Also folgendermaßen, ihr geht zuerst auf dieses x.bluestacks.com, ein Link wird in der Beschreibung sein und hier findet ihr direkt ein paar Cloud Games, die ihr überhaupt nicht downloaden müsst, wie man es bei anderen Bluestacks Games früher machen musste oder halt bei einigen muss man es immer noch machen, aber bei diesen hier müssen wir nichts downloaden und das Einfache ist halt einfach, ihr müsst euch mit eurem Google Account, Facebook oder Discord Account einloggen und dann können wir das Game starten. Es kommen jede Woche neue Games, also wenn euer Game noch nicht dabei ist, sucht euch erstmal ein anderes Game aus und bis dahin zockt ihr hier was anderes rüber. Probiert mal was aus und ja, dann können wir einfach auf in der Cloud spielen gehen. Bevor ich das hier auf dem PC im Browser mache, wollte ich euch mitteilen, dass ihr das Ganze auf jedem Betriebssystem machen könnt, das heißt Windows, Mac, iOS, Chrome OS und Raspberry Pi. So, um euch das Ganze einmal kurz zu beweisen, ich bin hier auf meinem Android, auf Samsung irgendwas, das Ganze ist in der Cloud, Warpath habe ich hier gestartet, hier habe ich noch ein iPhone 7 und wenn ich jetzt hier einmal auf in der Cloud spielen gehe, dann wird das Ganze geladen und ich kann zum Beispiel Warpath jetzt einfach oder Lords Mobile kann ich einfach spielen, ohne das Game herunterzuladen. Der muss das Ganze natürlich ein bisschen laden, die ganzen Ressourcen, aber das funktioniert online und ganz einfach auf dem Handy, auf dem PC, überall wo ihr wollt. Aktuell sind es 200 kostenlose Cloud Games und wenn wir hier jetzt einmal am PC schauen, wir gehen einfach mal in der Cloud spielen, dann öffnet sich das now.gg, Warpath und das Ganze wird geladen. Da man natürlich mit dem Account verbunden ist, speichert sich der Fortschritt natürlich, ich kann hier zocken und gleich später, wenn ich vielleicht unterwegs bin im Zug, kann ich dann einfach auf dem Handy weiterzocken und das Gute ist, man kann hier auch im Vollbildmodus direkt über den, ja, BlueStacks Player kann man das hier einstellen. Man kann die Game Controls ein- und ausstellen, wenn man welche vorne zu sehen bekommt. Und hier haben wir jetzt gerade keine, weil wir noch nicht ganz drin sind. Und ja, das ist halt ziemlich gut auf dem Handy, auf dem PC kann man das überall einstellen. Und ja, kommen wir einfach mal zu dem Giveaway gleich. Eine Sache gibt es noch, die ich euch zu BlueStacks X unbedingt noch sagen will, denn es gibt auch einen Klienten, den wir hier downloaden können. Ich habe das schon gedownloadet und installiert und wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben auf Star Wars gehen, wir geben Star Wars ein, dann zeigt er mir einmal die Star Wars Games direkt an, die ich über BlueStacks downloaden kann, die vielleicht noch nicht in der Cloud verfügbar sind, aber ich kann sie zum Beispiel downloaden und dann startet sich automatisch BlueStacks und es lässt sich installieren. Es kann sein, dass das Game in den nächsten Wochen auch über BlueStacks X in der Cloud verfügbar sein wird. Und das Beste ist, dass auch noch andere Star Wars Games angezeigt werden. Das heißt, wenn ich so ein bisschen rumstöbern möchte, okay, vielleicht ist man so neu im Star Wars-Bereich und dann sieht man so, okay, hier sind ganz viele Games von Star Wars, gehen wir mal auf SW-Tor und dann führt er mich direkt zu der Steam-Seite. Also das ist ein ziemlich cooler Player, muss ich sagen, dass es alles vernetzt ist. Zum Beispiel Herr der Ringe, die Schlacht wird hier auch angezeigt und wenn ich wieder draufklicke, dann öffnet der dann ebenfalls den BlueStacks Player und installiert es und startet es automatisch. So, ja, kleiner Tipp bezüglich Lord of the Rings Rise to War. Ich habe dazu ein extra Video, sogar mehrere Videos gemacht. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann geht auf den Link in der Beschreibung. Da habe ich alles zum Start gezeigt, ein paar wichtige Tipps dazu gegeben und auch eine Download-Anweisung, wie das am besten funktioniert. Und zur Galaxy of Heroes habe ich das ebenfalls gemacht. Einfach auf dem Kanal schauen oder in der Mobile Games Playlist von mir. So, und ja, hier wird man dann direkt in den Play Store geleitet und das Ganze wird dann gleich installiert. Wollen wir jetzt nicht machen, das kann der dann im Hintergrund machen. Okay, dann kommen wir zu dem Giveaway von BlueStacks. Nämlich kann man einen 20-Euro-Gutschein gewinnen. Drei Teilnehmer haben halt die Chance, Amazon oder Google Play. Und was man machen muss, ist halt eben einfach auf BlueStacks auf den Cloud-Dienst zu gehen. Ein Link dazu wird in der Beschreibung sein. Ich werde euch meinen Link hinzufügen. Das Ganze ist hier ein Sponsored-Video. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr das über meinen Link macht. Dann, ja, unterstützt ihr mich gleichzeitig und es kostet euch absolut nichts. Ihr geht dann einfach auf irgendein Game, was ihr in der Cloud zocken wollt und macht einfach einen Screenshot und teilt ihn als Antwort in diesem Thread hier. Und wir sehen, es sind noch gar nicht so viele Nachrichten. Also, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance, da was zu gewinnen. Und wie wir hier sehen, das Giveaway geht bis zum 7.10. um 17 Uhr. Das heißt, ihr habt noch, ich glaube mal, zwei, drei Tage Zeit. Und von daher, viel Erfolg damit. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung lassen. Einfach auf meinen Twitter-Kanal auch sonst vorbeischauen. Da ist es auch Retweeted. Und, ja, ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, dass es euch viel erleichtert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und bei den nächsten Bluestacks-Videos oder auch vielleicht in einem Stream auf Twitch oder YouTube zu RiseToWar, welches auch demnächst bei mir mehr ansteht. Und von daher wollen wir jetzt einfach mal Tschüss sagen. Kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und lasst unbedingt einen Kommentar da und macht da mit. Ihr könnt gewinnen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Das Mal. Vielen Dank.